recht herzlich willkommen zur zwölften folge von planet nomads ja wir sind hier auf der ebene fahren mit unserem auto gerade durch die gegend gucken wir mal wie das hier so aussieht und ja der rasen der geht immer noch langsam hoch die bäume sind manchmal auch weg und kommen dann wieder nach und wir fahren zu südlich sehe ich gerade vielleicht doch nicht so oder obwohl ist jetzt gerade hier schlecht mit dem weg da kommen auch besser an der aufforstung hier nebenher fahren gucken wo wir da hinkommen sieht jetzt gerade nicht so aus als ob ihr der top weg gen osten lassen zu sehen würde ich sagen muss da oben durch aber jetzt bauen sich der wald auf doch dahin ist noch ein bisschen durchgängig schauen wir mal dass wir hinkommen waren jetzt mehr recht und süden aber hier sind so lücken und sagen könnte ich vielleicht irgendwo durchkommen vor dem baum gefahren immer noch von dem baum gefahren einmal schneller dann geht der baum ab der füllt nach links wir kriegen auch noch abgeragt ich komme ich da wobei nein ich komme da nicht vorbei jetzt hänge ich an den dom baum fest mehr schwung geht er dann kaputt jetzt ist er weg und jetzt hänge ich am nächsten baum jetzt habe ich den weg gefahren mich nicht vorbei da ist jetzt auch aus versehen eh gedrückt das ganze klappt hier nicht vorbei ich glaube ich will mich ja nicht durchlassen gestaltet sich schwieriger als man denkt vielleicht dadurch das ist hinter uns der am umfallen geht auch weg jetzt können wir den nicht los ich glaube da kriege ich jetzt nicht den weg hin der verschwindet aber eigentlich gleich von alleine schwierig ich jetzt noch ein umgefahren oder sind nur was kaputt die haben wohl gesagt aber jetzt ist er weg jetzt komme ich durch freie fahrt so jetzt müssen sie dann ein bisschen mehr gegen osten halten das ist hier lang berg hoch ja schauen dass man anders biomen erreichen angeblich sollen ja hier verschiedene verhältnisse geben aber ich weiß nicht wie weit man dafür fahren muss dass das dann da ist fühlt sich so an als ob es berg hoch geht der fährt nicht so schnell dann sind wir oben das fährt da auch von alleine und hier sieht es so irgendwie aus als ob das schnee ist oder was ist das aber hier ist anders andere vegetation ja definitiv ist das winterlich soll das winter sein kommen wir da hoch läuft ok da sind doch tatsächlich schneebedeckte bäume oder aber es fängt dann zu regnen ok jetzt ist so duster dass man nichts mehr sieht da ist ein baum da nicht und da geht es im weg hoch oder und das fraglich ob wir das schaffen ist ganz schön steil aber noch fahren wir und das ist schwierig 0,1 0,0 nee wo haben wir hier 8,17 doch er kommt jetzt den berg hoch und er geschafft unwegs ames gelände hier 20 km 16 geht hoch ok wir fahren noch 3,2 hier ist glaube ich zu steil vielleicht hier zwischen her ja da ging es rückwärts wieder ne hier kommen wir gerade nicht hoch gucken wir da an wie hier irgendwo ist sieht aber auch nicht so aus er fährt noch er fährt noch und er ist zu steil ne geht noch was da ist der baum aber hier ist es dann doch zu steil oder ist das oben oder ist das unten schwierig zu beurteilen ne was passiert jetzt gerade schneit es schneit es ja es schneit cool jetzt komme ich nicht mehr vorwärts komm ich da weiter ja geht das war der Busch der uns da aufgehalten hat der nächste komm mal hier hoch komm mal hier hoch ist gerade so als ob wir oben gleich sind oder ja da läuft noch der fährt noch da geht noch was ist jetzt noch hochebene wieder okay schwierig zu beurteilen wo jetzt hier was ist ne weil wir gerade jetzt nicht so sehr sehen wie das Gelände ist okay hier will er gerade nicht vorwärts und da ist auch Endstation da geht es wieder rückwärts oder nein oh oh ich stehe auf dem rückwärtsgang aber es geht gerade nur abwärts okay heute gehen Osten aber schwer zu beurteilen die Sonne ist auch noch nicht aufgegangen da ist ein Baum da ist der nächste Berg wahrscheinlich vor uns Gucken wir mal so schräg hochkommen sieht gerade ein bisschen schlecht aus mit hochkommen hm das fährt aber immer noch auch wenn es manchmal knapp ist mit der Geschwindigkeit ja da ist wieder ein Baum und den erkennt man immer so ein bisschen wie das Gelände hier ist in unserer Ansicht ich glaube jetzt wird es ein bisschen heller da ich glaube jetzt wird es ein bisschen heller da ich glaube jetzt wird es ein bisschen heller da geht es glaube ich nicht hoch oder noch geht es voran aber eher nicht hoch ne okay können wir mal schocken wir jetzt hoch na komm schon ne rutschbottier rückwärts aber jetzt geht es wieder hoch da geht es glaube ich nicht hoch oder doch doch okay knapp geschafft hm schwieriges Gelände hier ne erfährt noch nur wie lange noch hm wär auch schön wenn es jetzt mal langsam wieder heller wird damit wir sehen wo wir sind ne da ist noch ein riesiger Berg da geht es auf jeden Fall nicht lang okay gestaltet sich etwas schwierig hier hoch noch bewegt er sich hoch geht es noch ja es wird noch heller ja okay die Zeit würde ich sagen wir sind gleich oben jetzt hier hoch auch glaube ich können wir es schaffen oder ja aber da hoch kommt ist die nächste Frage ja ja hier geht es gerade wieder runter möchte ich gerne vorwärts fahren geht aber nicht oder ja doch 0 3 0 3 help 0 2 0 1 geht es ne geht nicht schade hier geht es auch nicht hoch oder ne oh oh komm schon komm schon ne will er nicht ja ist gerade schlecht mit fahren ne er rollt jetzt runter ja hier ist er jetzt richtig steil hoch ich sehe mich jetzt die Chance dass wir hier weiter kommen ja und dann ein dicker Baum die Sonne geht auf Stechpalm würde ich das jetzt hier nennen ja schneide aber dann sind wir festgefahren kann da sein hier bewegt sich was ich denke mal wir haben den dicken Baum hinter uns oder ich denke mal wir haben den dicken Baum hinter uns oder ich glaube das ist jetzt hier nicht gut gut sind wir in der Lage wo wir sagen können schlecht gelaufen müssen wir mal gucken was wir machen aber ich würde sagen das gucken wir uns in der nächsten Folge an da ist der Baum und ich sage ganz recht herzlichen Dank fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid bis dann tschüss 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 tschüss